was geht Junge? und zwar ist hier der Guzoa und jetzt kommen wir natürlich zu dem CW den wir gerade bestreiten und hier höchstwahrscheinlich verlieren. ja ich war nicht ganz unbeteiligt da dran ich habe die 10 angegriffen und mal richtig gegen die wand gestuhlt oder eventuell in die tüte gekackt also das da war gar nichts das war null das war und dann habe ich wenigstens hier ach komm den können wir euch mal zeigen ich habe nicht Cody sondern Rhodey angegriffen und habe ein ordentliches rodeo mit ihm veranstaltet folgende sache hier ich habe mir gedacht es wäre ja cool mit 4 earthquake rein zu donnern okay die äußere hülle brauche ich natürlich nicht kaputt machen weil die kriegt man natürlich ganz easy mit mauerbrechern kaputt vorteil hier war definitiv deswegen habe ich auch an der stelle angegriffen dass hier kein def gebäude stand ich dachte auch tesla kann nicht hier stehen hätte keinen platz es hätten jetzt noch skelett fallen oder sowas da sein können hat aber gepasst so und zwar ihr wisst es garantiert alle selber diese mauer ist ja total egal und hat ja gar keine funktion am arsch wenn du von oben reingehst zerballert die dir natürlich alles weil die truppen halt schön an ihr vorbei rennen und dann werden mal wieder alles für den hintern deswegen musste ich halt an einem stück ja vorbei wo ich halt eben nicht diese zwischenmauer habe genug gequatscht wir gucken uns an bam bam passte ein mauerbrecher sogar zu viel gesetzt okay passt aber egal hier haben wir drei golems ein fünfer und zwei vierer earthquake gedroppt klar dass natürlich gleich klar gemacht wird hey hier will ich hinein logisch und king am hat weil küren am start die konnten nirgendwo anders hin so jetzt folgendes problem aber die können natürlich auch hier noch lang rennen so hier gar kein thema da ist natürlich immer ganz ganz toll wenn man nicht nur die gollis hat sondern eben hintendran natürlich noch irgendwie was was auch auf luft geht weil ganz ehrlich wenn ich hier was für sich gefühlte 10 15 lag ich je nachdem irgendwie sowas habe dann zersplashen die mir natürlich auch irgendwann so ein golem das ist ja wohl mal ganz klar so läuft ganz hier und hier hier guckt mal guckt mal hier wie die hier schön gleich auf den sack bekommt von den magiern die magier auch schön noch gerade so im rage drinnen passt auf jeden fall so rat aus platt gemacht das natürlich ganz nice pecker wissen noch nicht wirklich wo sie hingehen sollen aber ist okay wie gesagt da ist schon mal der erste stern drin sagt man sich schon mal okay richtig viel last abgefallen ich konnte jetzt eh nicht mehr viel machen ich habe nur noch die ability der queen viel mehr geht da nicht mehr so jetzt natürlich vorteil gollis sind schön da aber jetzt natürlich nicht mehr so jetzt muss man natürlich gucken wann zündet man die ability ich habe es hier gemacht weil die hätten natürlich noch auf die peckers überspringen können aber die waren wohl zu weit weg dass die expos dann erst mal meine normalen bogies angefangen haben zu hitten und dann war es das so letzte chance war natürlich die kleine pecker hier noch aber hat dann auch nicht mehr wirklich viel gezwirbelt aber wir sind bei ich glaube bei 94 prozent angelang bei 74 prozent oder so ich glaube 74 73 baue hütte noch mal richtig weggeballert mit einem hit one hit one shot down und dann war es das das lief ganz okay damit war ich zufrieden wie gesagt ihr müsst wirklich bedenken ich habe einfach 20 truppen weniger als ein normaler town hall 10er ist einfach mal so und Ihr kommen kommen dark knight Ah schade ich habe nicht genug troops Ne das bringt denn gar nichts da wollen wir jemand anderem den spaß auf jeden fall lassen jetzt gucken wir noch mal kurz rein Und zwar mein clan kriegs lock Oh was heiko sogar schon draußen wieder Okay, so ist das halt da wurde ja gar nicht garantiert woanders gebraucht und das möchten Wir uns jetzt gerne anschauen wir gehen auf die details und wir sehen richtig richtig geiler kriegsbeute bonus den ich erhalten habe und damit kann man natürlich Episch was machen klar also ich bin da richtig gut dabei kann man natürlich dann inferno starten den ich dann auch noch mal gestartet habe auf level 2 Und das ist natürlich richtig cool hier hat shadow der 16 Einfach mal auf level ein auf den erst platzierten sozusagen gemacht und Gucken wir uns einfach mal kurz die base an Und da sagt man natürlich Richtig geil und zumal jetzt könnte man natürlich sagen Oh ja hier total die troll base richtig geil richtig geld war es natürlich auch Und jetzt ist die sache wirklich die gewesen dass die uns wirklich sogar die möglichkeit Gegeben haben die hätten ja jetzt zum beispiel dann wäre das für mich schon nicht mehr so easy peasy gewesen Die hätten zum beispiel sagen können okay die adler artillerie hier schön in der mitte Dass da halt nicht gleich jeder herankommt und fertig so und dann Hat Der baby mumu Das sogar so geil gemacht und hat halt hier wirklich alle gebäude Hingetaute hingepackt die halt wirklich rein nur bodentruppen angreifen was natürlich wirklich ein daumen nach oben wert ist Weil ich dachte mir dann einfach gut okay Nimmst für den bereich einfach mal nur ein drache gar nicht irgendwie weiter rumplänkeln oder sowas Einfach nur ein drago und in dem bereich haben wir natürlich hier Nichts weiter das heißt ich muss natürlich die igel artillerie gleich mal killen klar Und ansonsten kann ich richtig loslegen mit ein paar goblins Und das habe ich auch gemacht und wenn man jetzt sagt der gut okay das war ja nur eine base nein das ging natürlich dann hier so weiter Also die waren alle so die waren alle so und es war natürlich mega geil Und das fand ich cool das fand ich richtig richtig nice Die hatten alle so ein schönes base layout und dann gucken wir uns noch mal kurz die kriegsergebnisse Nee Ach ja ich und die kriegsergebnisse wieder Das ist Nee So mein team Und zwar Nee Da genau da wollen wir jetzt also angucken Und zwar habe ich Die zwei noch angegriffen warum natürlich klar ich wollte ja so möglichst hoch den 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 beute bonus den Ja den kriegs bonus eben machen hier haben wir meine kleine pecker ran geballert und da muss ich echt sagen da war ich echt so ein bisschen Enttäuscht von der pecker dass sie halt wirklich Da hätte hätte ich einfach ein bisschen mehr erwartet muss ich ganz ehrlich sagen pecker level 3 aber da ist die adler artillerie Die halt wirklich richtig hardcore scharf jetzt gehen wir hier richtig auf Loot und das geht natürlich mit den kobis so rasant schnell dass man halt wirklich nicht viele von den kobis braucht brauchen wir uns unten gar nicht weiter geben Hier musste ich natürlich Golems an start bringen Walküre mag ja richtig das volle programm heiler habe ich da auch gedroppt war so ein bisschen fail aber dadurch dass der halt noch im multi war Also ihr wisst selber heiler im inferno bereich ist jetzt nicht so das cleverste ist mir dann im nachhinein auch eingefallen also keine sorge Das war nicht so wie gewollt in anführungsstrichen so jetzt haben wir nicht mehr viel aber wir haben ein heal den wir droppen Und klar auch der guhli ist natürlich zwar hält ja viel aus aber ich meine das waren teilweise vier kanonen die doch glaube ich drauf geballert haben Da haut auch irgendwann der guhli dann mal ab und sagt ey nee ich will nicht mehr Heiler machen hier natürlich jetzt richtig gut die arbeit das passt ganz gut im rage dass mein king halt noch ein bisschen was aushalten konnte Aber der sagte dann auch hey komm ey lass mal Ich hab hier keinen bock mehr alter ich hab keinen bock mehr und dann war es das auch dann probierte Päckerchen natürlich noch ein bisschen was zu reißen ich glaube sogar noch an der seite rum Ich wollte dann aber echt nicht mehr den rage wegballern wofür Wofür ganz ehrlich wofür ist quatsch brauchen wir nicht Da habe ich halt Ja Verkegelt aber ich habe halt den bonus mitgenommen und dann gucken wir noch mal kurz in die kriegs ergebnisse und mein handy macht wieder was kingcraft hd möchte mit dir eine nachricht senden über instagram Hier herr schnabel hat gerade mal 29 kassiert auf jeden fall läuft und hier gucke ich mal Das lief ziemlich Sweet hier ab weil die aufteilung halt einfach geil war hier guckt mal Valkyre wirklich zeitgelassen kommen Nicht wer weiß wie viel truppen geballert sondern wirklich nur kurz und dann war es das Und dann auch erst angefangen weil bringt ja nichts wenn ich auf der anderen seite dann anfange und dann Hier auch wieder goblins Und ich glaube dann ja ach so nie dann habe ich hier erst den drago gestartet Und dann habe ich hier halt richtig gleich die inferno ist natürlich logisch die sind auf single die ballern richtig hart weg Die ballern richtig hart weg dann gleich den rage reingeballert aber auch wieder die heiler Jetzt ist es in ordnung jetzt können die heiler arbeiten Und hier noch mal hier drinnen gehabt guckt mal die halten sich schön im hier auf Passt einwandfrei ist Okay und hier in dem bereich sollten die natürlich eigentlich gar nicht kommen weil die expos natürlich richtig rein splashen aber Auch das war vollkommen in ordnung hier oben ist schon so gut wie alles gekleert also da war das gar kein thema und So einen kleinen Teilzeit queen walk wieder hingelegt hier mit drei heilern die sich dann aber nicht nur um die queen kümmern klar Aber das war ziemlich nice hier Und wie wie oft hat man das mal dass man als 26 star einfach mal den ersten angreift und ihn einfach mal platt macht hat man Natürlich echt super selten meiner meinung nach Und habe ich mir natürlich riesig über den loot gefreut das war's dazu wie gesagt die anderen gegner alle komplett komplett das gleiche Also hier guckt euch an ist halt überall so gewesen Ei 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 du du kannst dafür gebannt werden Ja okay Ja so viel dazu auf jeden fall war's ein geiler cv vielen dank dafür nochmal ansonsten wenn ihr auch noch videos aus diesem Klaren bereich haben wollte also jetzt planlos oder eben klaren los dann gibt man klaren los vor allen dingen genau Sondern gnadenlos dann gibt man einfach bei youtube gnadenlos coc einer findet ihr den heiko Speziell für die etwas älteren weil der ist ja auch schon ein bisschen in die jahre gekommen ist jetzt kein opa Aber ist schon ein coc uhr gestein sagen was mal so und weiß auch wovon er spricht und Da ist das ziemlich nice finde ich richtig cool und der ist halt einfach richtig korrekter typ und so soll das sein Das war's von mir und ja rein ich wünsche euch was